Einheit 12 – Hören Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Sie sind mit der Notdienstapothekensuche für Aachen verbunden. Heute, den 10. Oktober, sind im Stadtgebiet von Aachen und im Umkreis von 10 Kilometern folgende Apotheken geöffnet. Karolinger Apotheke, Karlsgraben 15 52 064 Aachen Telefon 0241 40 2626 Notdienst vom 10.10. um 8.30 Uhr bis 11.10. um 8.30 Uhr Fortuna Apotheke, Trierer Straße 44, 52 078 Aachen Telefon 0241 57 2748 Notdienst vom 10.10. um 8.30 Uhr bis 11.10. um 8.30 Uhr Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der Notdienstapothekensuche für Aachen verbunden. Heute, den 10. Oktober, sind im Stadtgebiet von Aachen und im Umkreis von 10 Kilometern folgende Apotheken geöffnet. Karolinger Apotheke, Karlsgraben 15 52 064 Aachen Telefon 0241 40 2626 Notdienst vom 10.10. um 8.30 Uhr bis 11.10. um 8.30 Uhr Fortuna Apotheke, Trierer Straße 44, 52 078 Aachen Telefon 0241 57 2748 Notdienst vom 10.10. um 8.30 Uhr bis 11.10. um 8.30 Uhr St. Josef Apotheke, St. Josefstraße 21 St. Josefstraße 21, 52 078 Aachen und im Umkreis von 10.10. um 8.30 Uhr Notdienst vom 10.10. um 8.30 Uhr Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag Frau Wermuth, hier ist Anke Straubing von der Allianz. Ich rufe Sie an wegen den Angaben, die Sie für Ihre neue Krankenversicherung gemacht haben. Wir haben alles überprüft und festgestellt, dass wir noch einige Informationen von Ihnen brauchen. Das ist eine reine Routineangelegenheit, aber es muss sein, weil Sie doch Diabetikerin sind und da brauchen wir eine besonders ausführliche Krankengeschichte. Wir müssten also noch einen Termin mit Ihnen machen. Bitte rufen Sie uns an, wann es Ihnen am besten passt. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag Frau Wermuth, hier ist Anke Straubing von der Allianz. Ich rufe Sie an wegen den Angaben, die Sie für Ihre neue Krankenversicherung gemacht haben. Wir haben alles überprüft und festgestellt, dass wir noch einige Informationen von Ihnen brauchen. Das ist eine reine Routineangelegenheit, aber es muss sein, weil Sie doch Diabetikerin sind und da brauchen wir eine besonders ausführliche Krankengeschichte. Wir müssten also noch einen Termin mit Ihnen machen. Bitte rufen Sie uns an, wann es Ihnen am besten passt. Vielen Dank. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, Dr. Schneider. Hier ist noch mal Frank Korte vom Maklerbüro. Ich habe mit dem Besitzer des Hauses in Marienburg gesprochen. Wir könnten am Donnerstag um 18 Uhr zu einer Besichtigung dorthin fahren. Der Besitzer ist zwar im Moment nicht da, aber der Gärtner hat einen Schlüssel und würde uns reinlassen. Und außerdem habe ich dann noch etwas, was Sie interessieren könnte. Eine sehr schöne Villa mit riesigem Grundstück in Rodenkirchen. Top-Lage und super günstiger Preis. Bitte rufen Sie mich doch zurück. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Dr. Schneider. Hier ist noch mal Frank Korte vom Maklerbüro. Ich habe mit dem Besitzer des Hauses in Marienburg gesprochen. Wir könnten am Donnerstag um 18 Uhr zu einer Besichtigung dorthin fahren. Der Besitzer ist zwar im Moment nicht da, aber der Gärtner hat einen Schlüssel und würde uns reinlassen. Und außerdem habe ich dann noch etwas, was Sie interessieren könnte. Eine sehr schöne Villa mit riesigem Grundstück in Rodenkirchen. Top-Lage und super günstiger Preis. Bitte rufen Sie mich doch zurück. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger erneut darum, die Mülltonnen nicht zu überfüllen, sondern mit geschlossenem Deckel zur Abfuhr bereitzustellen. Auch neutrale Müllsäcke neben den Eimern können nicht mitgenommen werden. Grundsätzlich müssen Müllbehälter mit verschlossenem Deckel bereitgestellt werden. Dies gilt schon aus hygienischen Gründen und weil sonst die Gefahr besteht, dass Teile des Abfalls bei der Leerung auf die Straße fallen. Die Abfuhrfirmen sind nicht verpflichtet, überfüllte Tonnen zu leeren oder Teile des Mülls zu entnehmen, um die Leerung durchzuführen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger erneut darum, die Mülltonnen nicht zu überfüllen, sondern mit geschlossenem Deckel zur Abfuhr bereitzustellen. Auch neutrale Müllsäcke neben den Eimern können nicht mitgenommen werden. Grundsätzlich müssen Müllbehälter mit verschlossenem Deckel bereitgestellt werden. Dies gilt schon aus hygienischen Gründen und weil sonst die Gefahr besteht, dass Teile des Abfalls bei der Leerung auf die Straße fallen. Die Abfuhrfirmen sind nicht verpflichtet, überfüllte Tonnen zu leeren oder Teile des Mülls zu entnehmen, um die Leerung durchzuführen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Flugzeug. Wir bitten jetzt noch einen Augenblick um Aufmerksamkeit für einige Sicherheitshinweise. Wir demonstrieren Ihnen zunächst, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und öffnen können. Bei einem Druckabfall in der Kabine öffnet sich eine Deckenklappe über Ihnen und Sauerstoffmasken fallen herunter. In diesem Fall ziehen Sie eine Maske schnell zu sich heran und platzieren diese fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen. In der Sitztasche Ihres Vordersitzes finden Sie ein Informationsblatt mit allen Sicherheitshinweisen. Bitte beachten Sie besonders die Lage der Notausgänge, welche deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet sind. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wir bitten jetzt noch einen Augenblick um Aufmerksamkeit für einige Sicherheitshinweise. Wir demonstrieren Ihnen zunächst, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und öffnen können. Bei einem Druckabfall in der Kabine öffnet sich eine Deckenklappe über Ihnen und Sauerstoffmasken fallen herunter. In diesem Fall ziehen Sie eine Maske schnell zu sich heran und platzieren diese fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen. In der Sitztasche Ihres Vordersitzes finden Sie ein Informationsblatt mit allen Sicherheitshinweisen. Bitte beachten Sie besonders die Lage der Notausgänge, welche deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet sind. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht im Radio. Nächste Woche steht der mittlerweile zwölfte Nachtbummel auf dem Programm. Zahlreiche Bad Mergentheimer Geschäfte öffnen wieder bis Mitternacht ihre Pforten und haben sich zudem ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Aktionen überlegt. Am Freitag, 7. September, werden die Besucher des Night Shoppings wieder mit viel Musik in den Straßen unterhalten. Unter dem Motto Bad Mergentheim klingt gut hat der Arbeitskreis Innenstadtbelebung es schon zum vierten Mal geschafft, junge wie erfahrene Künstler, Solisten, Chöre, Bands und andere Gruppen zu aktivieren, um sich beim Nachtbummel zu präsentieren und für gute Stimmung zu sorgen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nächste Woche steht der mittlerweile zwölfte Nachtbummel auf dem Programm. Zahlreiche Bad Mergentheimer Geschäfte öffnen wieder bis Mitternacht ihre Pforten und haben sich zudem ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Aktionen überlegt. Am Freitag, 7. September, werden die Besucher des Night Shoppings wieder mit viel Musik in den Straßen unterhalten. Unter dem Motto Bad Mergentheim klingt gut hat der Arbeitskreis Innenstadtbelebung es schon zum vierten Mal geschafft, junge wie erfahrene Künstler, Solisten, Chöre, Bands und andere Gruppen zu aktivieren, um sich beim Nachtbummel zu präsentieren und für gute Stimmung zu sorgen. Ende von Hören Teil 1 Einheit 12, Hören Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Hören Sie jetzt den Text. Sie sind bei einer Veranstaltung des Vereins Ärzte ohne Grenzen. Ich freue mich, Sie heute bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen und Ihnen unseren Verein und unsere Arbeit vorzustellen. Ärzte ohne Grenzen ist die größte internationale Organisation für medizinische Nothilfe. Sie wurde 1971 in Frankreich von zwölf Ärzten und Journalisten gegründet und ist weltweit tätig. Es ist eine private, unabhängige Organisation und leistet vor allem medizinische Hilfe in Krisen- und Kriegsgebieten, in denen das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, sodass die Menschen bei gesundheitlichen Problemen medizinisch nicht behandelt werden können. Dafür sind jedes Jahr etwa 2.200 internationale Mitarbeiter unterwegs. Zusammen mit über 26.000 einheimischen Mitarbeitern arbeiten sie in rund 70 Ländern, vor allem aber in Afrika, weil dort die Not am größten ist. Für die Organisation arbeiten übrigens nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Krankenschwestern und Pfleger, Hebammen, Finanzexperten und viele andere Fachleute. Unsere Leute bauen Behandlungszelte auf und sorgen dafür, dass es genügend Medikamente und Hilfsgüter gibt. Sie kümmern sich um sauberes Trinkwasser und um die Stromversorgung. Unsere Aktivitäten sind also vielfältig. Wir bauen zerstörte Krankenhäuser oder Gesundheitszentren wieder auf, wir richten in ländlichen Gebieten mobile Kliniken ein, wir organisieren und führen Impfungen durch, wir bieten psychologische Hilfe an und sorgen für Ernährung. Wenn in einer Konfliktsituation die Rechte der Zivilisten mit Füßen getreten werden und ihnen niemand hilft, setzen sich Ärzte ohne Grenzen ein. Wir bleiben neutral und machen keine Unterschiede zwischen den Menschen. Wenn aber unsere Mitarbeiter nachweisen können, dass Hunger als Waffe benutzt wird oder dass Bevölkerungsgruppen mit Gewalt gezwungen werden, ihr Haus oder ihre Heimat zu verlassen und oft getötet oder schwer verletzt werden, informieren wir die Welt darüber, weil wir hoffen, damit das Töten und das Leid der Menschen in diesen Krisengebieten zu stoppen. Öffentliche Kritik üben wir allerdings nur, wenn wir keine andere Wahl haben. Unsere Mitarbeiter versuchen zuerst über direkte Gespräche zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln. Wenn sie keinen Erfolg haben, informieren sie die Medien darüber und das geschieht im Interesse der Opfer. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat 1999 für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis bekommen. Dies hat insbesondere dazu beigetragen, dass den Opfern von Not und Gewalt größere Aufmerksamkeit geschenkt werden konnte. Seit 1993 gibt es den Deutschen Verein Ärzte ohne Grenzen. Der Sitz der Zentrale ist in Berlin. Ein weiteres Büro befindet sich in Bonn. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen Ärzte und Leute in der Verwaltung ein, die wir für unsere Projekte brauchen. Wir finanzieren, unterstützen und führen Hilfsprojekte in Zusammenarbeit mit allen Gruppen der Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt durch. Ende von Hören Teil 2 Einheit 12 – Hören Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich zwei Freundinnen über einen Umzug unterhalten. Sie wissen ja, wie anstrengend so ein Umzug sein kann. Man packt alles ein, baut die Möbel auseinander und bringt alles in die neue Wohnung. Aber das ist der leichte Teil, wenn man mal vom schweren Tragen absieht. Das Chaos kommt danach. Alles auspacken und einräumen. Oh Gott, ich hasse es, denn man muss ja auch gleich einen Schritt vorausdenken, wo alles hingehört, und zwar in einer Wohnung, in der man sich noch gar nicht auskennt. Das macht wirklich keinen Spaß. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber jetzt hast du es ja geschafft. Leicht gesagt, aber das stimmt gar nicht. Jetzt, wo alles an seinem Platz ist, fängt das große Putzen an. Das dauert ein paar Tage. Dann merkt man auch, dass die neue Wohnung noch einige Sachen braucht, an die man vorher nicht gedacht hat. An der Wand fehlt eine Steckdose, in der Küche passt der alte Tisch nicht, also muss man einen neuen kaufen. Dann ist die neue Wohnung nicht so hell wie die alte, sodass noch eine Stehlampe fehlt. Und das Schlimmste? Die Gardinen sind zu klein, zu lang oder zu breit. Da entstehen Kosten, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja schon, aber du musst ja nicht alles auf einmal machen. Nur immer mit der Ruhe. Den größten und schwierigsten Teil hast du hinter dir. Ach, du weißt doch, ich gehöre zu den Menschen, die zuerst alles fertig machen wollen. Erst dann setze ich mich gemütlich hin, genieße, was ich geschafft habe und vergesse alle Anstrengungen. Wie ist die Wohnlage eigentlich? Ganz toll. Die Wohnung liegt am Stadtrand und nicht weit weg vom Wald. Die Gegend ist sehr ruhig. Wir wohnen im dritten Stock eines vierstöckigen Hauses. Es steht mitten in einem Garten mit vielen Bäumen. Das Problem ist nur, dass es keine guten Einkaufsmöglichkeiten gibt. Zum Einkaufen und zur Unterhaltung muss man in die Stadt fahren. Ach, so schlimm ist das doch nicht. Mit der Zeit wirst du dich schon daran gewöhnen. Sicher, außerdem habe ich es gewusst, als ich die Wohnung gemietet habe. Wichtig für mich ist, dass die Kinder keinen weiten Weg zur Schule haben. Sie können allein hingehen. Jetzt hast du dir deinen Traum endlich erfüllt. Du hast immer von einer ruhigen Ecke geträumt. Ja, stimmt. Komm doch mal zu einem Kaffee auf dem Balkon vorbei. Sehr gern. Ruf mich einfach an, wenn du Zeit hast. Komm doch am Samstagnachmittag. Das passt ganz gut. Deine Kinder kannst du auch mitbringen. Dann können sie mit unseren zusammen unten im Garten spielen und wir können uns in Ruhe unterhalten. Prima. So machen wir's. Ende von Hören Teil 3 Einheit 12 Hören Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Dieses Siem unterhalten. Das ist 10 Sekunden sistemankton. gegen den für Untertitelung des ZDF, 2020 Die Moderatorin der Radiosendung Medien heute diskutiert mit der Lehrerin Katrin Lange und dem Kriminalkommissar Sebastian Frank über das Thema Mediennutzung und Computerspiele. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie bei unserer Diskussion über die Mediennutzung und Computerspiele. Dazu haben wir Frau Katrin Lange, Professorin für Medienpädagogik und Herrn Sebastian Frank, Kommissar der Kriminalpolizei, eingeladen. Frau Lange, könnten Sie sich ein Leben ohne Computer und Internet vorstellen? Ganz sicher nicht. Das Internet ist unsere wichtigste Informationsquelle und sorgt auch für Unterhaltung. Haben Sie ein Smartphone? Natürlich. Ich habe eben erst eine E-Mail bekommen. In dieser Form bin ich immer online. Und Sie, Herr Frank? Ich bin ein intensiver Internetnutzer. Ich lese jeden Morgen die Nachrichten und viele andere Internetseiten. Ein Computerspieler bin ich allerdings nicht. Ich beobachte eher meine Kinder beim Spielen. Ich kenne die Spiele und manchmal mache ich ein bisschen mit. Aber ich bin kein Durchspieler. Viele sind gelegentlich in der Beobachterrolle. Ich bin auch kein aktiver Nutzer von Online-Spielen. Ich habe nicht einmal versucht zu spielen. Ich stehe aber häufig hinter Menschen, die solche Spiele testen. Stimmt es, dass Kinder und Jugendliche in diesem Land lange vor dem Computer sitzen? Bei uns wird der Computer nicht überall benutzt, aber anderswo schon. Mein Sohn war in Neuseeland auf der Schule. Da schicken alle Schüler ab 16 Jahren ihre Hausaufgaben per E-Mail an die Lehrer, die alle einen Account und einen Laptop auf Staatskosten haben. Das ist die normale Alltagssituation dort. Man hat festgestellt, dass die Mediennutzung einen großen Teil der Freizeit von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Was machen die Kinder da eigentlich die ganze Zeit? Erst einmal kommunizieren sie miteinander. Facebook, E-Mail, das ist Alltag. Die Nutzung unterscheidet sich zwischen Jungen und Mädchen. Die Jungen steigen pro Tag im Durchschnitt knapp zweieinhalb Stunden in Computerspiele ein. Die Internetnutzung kommt noch dazu. Mädchen spielen nur 56 Minuten am Tag. Wir haben geglaubt, dass Mädchen auch mehr chatten, aber das trifft nicht zu. Bei den Jungen stellt man eindeutig Online-Spiele und oft gewaltorientierte Spiele fest. Bei den Mädchen eher harmlose Spiele wie die Sims. Ein kleiner Teil der Mädchen spielt auch online. Dann gibt es noch einen kleineren Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen, die das Internet zum Beispiel nutzen, um ihre Schularbeiten vorzubereiten. Das sind diejenigen, die den Reichtum, den das Internet bietet, erkennen und für bestimmte Zwecke effektiv ausnutzen. Studien zeigen, dass immerhin 40% der Kinder das Internet nutzen, um sich Informationen zu holen, um sich auf die Schule am nächsten Tag vorzubereiten. Das ist normal im kindlichen Leben. Wenn die Kinder nach Hause kommen, wird die Kommunikation vom Schulweg sofort am Computer fortgesetzt. Früher ist ein Kind auf die Straße gegangen, hat beim Nachbarn geklingelt, damit er zum Spielen herauskommt. Das macht heute ein Kind übers Chatten oder die SMS. Das ist praktisch. Wenn wir früher die Möglichkeit gehabt hätten, hätten wir es genauso gemacht. Die reale Alltagskommunikation findet heutzutage mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel statt. Über Facebook kann man gleichzeitig mit vielen Freunden kommunizieren. Was habe ich früher in diesem Alter gemacht? Stundenlang telefoniert und meine Eltern haben geschimpft, weil es viel Geld gekostet hat. Das Internet hat dieses Problem gelöst. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass sich die Kommunikation radikal geändert hat und sich weiter ändert, denn der technische Fortschritt geht weiter. Aber damit sind auch Gefahren verbunden, vor allem für Mädchen, zum Beispiel beim Chatten. Sie lernen einen männlichen Chatpartner kennen, der angibt, 15 Jahre alt zu sein. Das Mädchen verabredet sich mit ihm und stellt fest, dass es sich um einen 45-jährigen Mann handelt. Das kann böse enden. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder ausreichend über die Gefahren und die Risiken bei einer Online-Kommunikation informiert sind. Es wird immer wieder gesagt, dass Computerspiele für Kinder und Jugendliche gefährlich sind. Stimmt das? Nein, nicht pauschal. Nach einer Studie zu diesem Thema mit strengen Kriterien wurde festgestellt, dass 3 Prozent der Jungen richtig abhängig von Computerspielen sind und noch 4,7 Prozent in Gefahr, die auch mehr als vier Stunden am Tag spielen. Bei den Mädchen sind nur 0,3 Prozent abhängig und 0,5 Prozent in Gefahr. Besonders in Gefahr sind diejenigen, die in der realen Welt wenig Erfolg haben. Die Ansicht, dass sie seelisch krank sind, stimmt nicht. Diese Jugendlichen suchen den Erfolg in den Online-Rollenspielen. Solche Spiele sollten nur für Erwachsene erlaubt sein. Kinder im Kindergartenalter kommen an den Computer. Ihre Eltern finden es pädagogisch gut, dass ihre Kinder den Computer schon in diesem Alter bedienen können. Frau Lange, was meinen Sie? Ich bin streng dafür, dass Kinder in der Kindergartenzeit vom Computer ferngehalten werden. Die Kinder, vor allem die Jungen, die frühzeitig solche Geräte benutzen, sind neugierig und besuchen verbotene Seiten. Vor dem 10. Lebensjahr sollte meiner Meinung nach kein Kind an den Computer gelassen werden. Ich bin anderer Meinung. Es gibt internationale Studien, die zeigen, dass der Gebrauch des Computers für die sprachliche und kommunikative Entwicklung der Kinder gut ist. Schon in der Grundschule, aber auch im Kindergarten kann man anfangen, wenn der Computer sinnvoll ist. Die Kinder kommen ja mit einer Welt in Kontakt, die ohnehin zum Alltag gehört. So, hier müssen wir jetzt leider unsere Sendung beenden. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Sie hören jetzt die Diskussion noch einmal. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie bei unserer Diskussion über die Mediennutzung und Computerspiele. Dazu haben wir Frau Katrin Lange, Professorin für Medienpädagogik, und Herrn Sebastian Frank, Kommissar der Kriminalpolizei, eingeladen. Frau Lange, könnten Sie sich ein Leben ohne Computer und Internet vorstellen? Ganz sicher nicht. Das Internet ist unsere wichtigste Informationsquelle und sorgt auch für Unterhaltung. Haben Sie ein Smartphone? Natürlich. Ich habe eben erst eine E-Mail bekommen. In dieser Form bin ich immer online. Und Sie, Herr Frank? Ich bin ein intensiver Internetnutzer. Ich lese jeden Morgen die Nachrichten und viele andere Internetseiten. Ein Computerspieler bin ich allerdings nicht. Ich beobachte eher meine Kinder beim Spielen. Ich kenne die Spiele und manchmal mache ich ein bisschen mit. Aber ich bin kein Durchspieler. Viele sind gelegentlich in der Beobachterrolle. Ich bin auch kein aktiver Nutzer von Online-Spielen. Ich habe nicht einmal versucht zu spielen. Ich stehe aber häufig hinter Menschen, die solche Spiele testen. Stimmt es, dass Kinder und Jugendliche in diesem Land lange vor dem Computer sitzen? Bei uns wird der Computer nicht überall benutzt, aber anderswo schon. Mein Sohn war in Neuseeland auf der Schule. Da schicken alle Schüler ab 16 Jahren ihre Hausaufgaben per E-Mail an die Lehrer, die alle einen Account und einen Laptop auf Staatskosten haben. Das ist die normale Alltagssituation dort. Man hat festgestellt, dass die Mediennutzung einen großen Teil der Freizeit von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Was machen die Kinder da eigentlich die ganze Zeit? Erst einmal kommunizieren sie miteinander. Facebook, E-Mail, das ist Alltag. Die Nutzung unterscheidet sich zwischen Jungen und Mädchen. Die Jungen steigen pro Tag im Durchschnitt knapp zweieinhalb Stunden in Computerspiele ein. Die Internetnutzung kommt noch dazu. Mädchen spielen nur 56 Minuten am Tag. Wir haben geglaubt, dass Mädchen auch mehr chatten, aber das trifft nicht zu. Bei den Jungen stellt man eindeutig Online-Spiele und oft gewaltorientierte Spiele fest. Bei den Mädchen eher harmlose Spiele wie die Sims. Ein kleiner Teil der Mädchen spielt auch online. Dann gibt es noch einen kleineren Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen, die das Internet zum Beispiel nutzen, um ihre Schularbeiten vorzubereiten. Das sind diejenigen, die den Reichtum, den das Internet bietet, erkennen und für bestimmte Zwecke effektiv ausnutzen. Studien zeigen, dass immerhin 40 Prozent der Kinder das Internet nutzen, um sich Informationen zu holen, um sich auf die Schule am nächsten Tag vorzubereiten. Das ist normal im kindlichen Leben. Wenn die Kinder nach Haus kommen, wird die Kommunikation vom Schulweg sofort am Computer fortgesetzt. Früher ist ein Kind auf die Straße gegangen, hat beim Nachbarn geklingelt, damit er zum Spielen herauskommt. Das macht heute ein Kind übers Chatten oder die SMS. Das ist praktisch. Wenn wir früher die Möglichkeit gehabt hätten, hätten wir es genauso gemacht. Die reale Alltagskommunikation findet heutzutage mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel statt. Über Facebook kann man gleichzeitig mit vielen Freunden kommunizieren. Was habe ich früher in diesem Alter gemacht? Stundenlang telefoniert und meine Eltern haben geschimpft, weil es viel Geld gekostet hat. Das Internet hat dieses Problem gelöst. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass sich die Kommunikation radikal geändert hat und sich weiter ändert, denn der technische Fortschritt geht weiter. Aber damit sind auch Gefahren verbunden, vor allem für Mädchen, zum Beispiel beim Chatten. Sie lernen einen männlichen Chatpartner kennen, der angibt, 15 Jahre alt zu sein. Das Mädchen verabredet sich mit ihm und stellt fest, dass es sich um einen 45-jährigen Mann handelt. Das kann böse enden. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder ausreichend über die Gefahren und die Risiken bei einer Online-Kommunikation informiert sind. Es wird immer wieder gesagt, dass Computerspiele für Kinder und Jugendliche gefährlich sind. Stimmt das? Nein, nicht pauschal. Nach einer Studie zu diesem Thema mit strengen Kriterien wurde festgestellt, dass 3% der Jungen richtig abhängig von Computerspielen sind und noch 4,7% in Gefahr, die auch mehr als 4 Stunden am Tag spielen. Bei den Mädchen sind nur 0,3% abhängig und 0,5% in Gefahr. Besonders in Gefahr sind diejenigen, die in der realen Welt wenig Erfolg haben. Die Ansicht, dass sie seelisch krank sind, stimmt nicht. Diese Jugendlichen suchen den Erfolg in den Online-Rollenspielen. Solche Spiele sollten nur für Erwachsene erlaubt sein. Kinder im Kindergartenalter kommen an den Computer. Ihre Eltern finden es pädagogisch gut, dass ihre Kinder den Computer schon in diesem Alter bedienen können. Frau Lange, was meinen Sie? Ich bin streng dafür, dass Kinder in der Kindergartenzeit vom Computer ferngehalten werden. Die Kinder, vor allem die Jungen, die frühzeitig solche Geräte benutzen, sind neugierig und besuchen verbotene Seiten. Vor dem 10. Lebensjahr sollte meiner Meinung nach kein Kind an den Computer gelassen werden. Ich bin anderer Meinung. Es gibt internationale Studien, die zeigen, dass der Gebrauch des Computers für die sprachliche und kommunikative Entwicklung der Kinder gut ist. Schon in der Grundschule, aber auch im Kindergarten kann man anfangen, wenn der Computer sinnvoll ist. Die Kinder kommen ja mit einer Welt in Kontakt, die ohnehin zum Alltag gehört. So, hier müssen wir jetzt leider unsere Sendung beenden. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ende von Hören Teil 4 Ende des Bandes